ja folgendes ist gerade passiert wenn man mit so einer box und sowas aufnimmt das muss man natürlich im pc verbinden und dass der ist dann recorded sozusagen weil die box schickt dann nur das signal und ja da ich im wohnzimmer bin kann ich nicht meinen pc rüberschleppen habe ich einen laptop und ich habe vergessen den ans netzteil zu hängen soll heißen dem ist der saft ausgegangen ich habe jetzt kurz mal geschaut was man noch gesehen hat ich habe den typen besiegt und dann habe ich das labor noch kaputt gemacht aber das ist natürlich nicht mehr auf der aufnahme drauf aber wir setzen nicht so schlimm also dass mehr flabor ist kaputt ich kann das nehmen das ist ja bescheuert und ich muss kurz mit pc mutern so oder noch nicht so schon besser alles doppelt hören macht irgendwie kein sinn was ist das nein ich behalte das hier they will contact you with further instructions behind you alles klar eat shit die na gut ihr seid alle so nett ich mag euch stopp ne von da bin ich nicht gekommen das kann ja nicht sein aber da will ich lang denn da gibt es kekse aber hauptsächlich ein basebauschläger doorblockt vom other side her war irgendwie logisch war ich da jetzt nicht dran gedacht so sprint 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 so kann ich ja mitmachen und wieder ein die da draußen prügeln sich immer noch naja sollen sie ruhig so wo was gibt es denn diesmal wenn das jetzt ich wenn das jetzt ich Der ist tot. So Leute was geht also 5$ auf die der gewinnt so das ist das einfachste jetzt ist die Frage wie gehen wir hier weiter wo geht's hier weiter Jitscheidai Strategie Ja wir haben so wenig ich weiß Aber ich weiß jetzt gar nicht wo lang Geh kaputt Naja egal dann eben nicht Ähm Ja gut Beziehungsweise nicht Wohin jetzt Sollen wir wieder runter Aber da können wir doch nicht lang Da steht alles unter Strom Da brennt's Wir müssen das irgendwie abstellen Aber wie Aber wie Aber wie Die Typen sind krass Schauen wir nochmal was hinten los ist Ohja Was haben wir hier drin Gut Unsere Pellen Was ist das eigentlich Achja Ratlosigkeit macht's Ah man bin ich dumm Lalalalalalalalalalalala Ah keiner hat's gesehen Keiner hat's gesehen Die letzten 2 Minuten sind nicht passiert Ähm Geht doch Bum 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 Ja es hat auch Rätsel Sehr schwierige Rätsel ist es für mich jedenfalls Hm Hm So So Wir nehmen wir uns den hier We killed you before we'll do it again Ah ja Ja sicher doch Noch mehr Poserhart geht's nicht oder Sonic Sonic Was gibt's denn schon wieder Was gibt's denn schon wieder Okay Hä Was konnte ich Den Alkohol trinke ich vorerst nicht Den Alkohol trinke ich vorerst nicht Erst muss ich Da rein geht's Da rein geht's Da 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 Äh Äh Ich verpröle dich mit einer Äh Oh 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 Ja Und Und äh Boom Oh Das war nicht schlecht Doch eigentlich war's schlecht Doch eigentlich war's schlecht So Wo ist der Sonic Emitar Garantiert hier hinten Nein Da ist er nicht Hier muss er sein Hier muss er sein Ach ja Dreck scheiß Von der Seite werfe Mit Pipe Gut Ähm Nein ich lauf nicht zurück und hol mir ein Medikid Oh nee. Ich habe Visual-Kontakt. Hey, 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 komm, hier, 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 hier. Das Haus ist in Ordnung, komm her. Scheiße, komm her. Kommt schon! Ich bin hier! Okay. Nein, das Lauf überholt ich eigentlich nicht. Ist hier noch irgendwas? Außer Potential zum Unterfallen. Okay. Ich bin hier mit der Ablage, Jakob! Wir müssen nicht diese Situation herausfinden, dass wir hier von einem Stadion rauskommen sind! Hier, wir haben es! Was ist geschlossen und bereit! Entfernt das Stand clear! Was?! Eine Shotgun auf die Entfernung! Wir sind doch auch bescheuert. Gibt hier irgendwo ne Waffe? SAAR AUF!